Hambüchen. Fehlt die halben Dreiecke. Fehlt die zum Handstand. Also wenn das zwölfeinhalb waren zum Beispiel. Für Seitz braucht Hambüchen 14,5. Also mir scheint das Polster doch immer noch genügend für die Deutschen. Und Hambüchen lässt hier bisher gar nichts anbrennen. Ja. Fällt der Seitz. Gut. Wolfgang Trainer fährt dann an. Neben dem Paaren. Heili. Ausgang. Oh, ein grosser Ausfallschritt. Also die Paarenübung war gut. Aber der Ausfallschritt ist...